Argo AG – Energie und Anlagen Erfahrung und Fortschritt. Seit über 35 Jahren entwickelt, plant und errichtet die Argo AG hocheffiziente Energieanlagen für die Industrie, Kommunen und Stadtwerke. Ob Kraftwärmekopplungsanlagen, Heißwasser- und Dampfkesselsysteme, Kälte- oder Luft- und Klimaanlagen. Die Argo AG erstellt wirtschaftlich maßgeschneiderte Konzepte, die den Wünschen und Anforderungen ihrer Kunden exakt entsprechen. Perfektes Engineering spiegelt sich in der von Argo entwickelten Tieftemperatur-Absorptions-Kältemaschine Congelo wieder, die die Betriebskosten von Unternehmen der Lebensmittelindustrie erheblich reduziert. Ein Beispiel dafür ist die Kraftwärmekältekopplungsanlage, die in der Meistermetzgerei Ponnert in Chemnert zum Einsatz kommt. Hier wird Eigenstrom mit einem Blockheizkraftwerk generiert, wobei gleichzeitig die Abgaswärme zur Dampferzeugung und die Motorkühlwärme für den Antrieb der Tieftemperatur-Absorptions-Kältemaschine Congelo genutzt wird. Diese Koppelung unterschiedlicher Energiemedien erzielt einen Gesamtwirkungsgrad von deutlich über 90 Prozent sowie eine erhebliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Firmen wie die Ponnert GmbH sichern somit ihre Unabhängigkeit in der Energieversorgung, senken ihre Kosten drastisch und tragen enorm zum Umweltschutz bei. Auf dieser Basis entwickeln erfahrene Ingenieure, Techniker und technische Systemplaner der Argo AG intelligente Energielösungen. Fundierte Ausbildung, die Nachwuchsförderung und Karrierechancen für Fachkräfte treiben den Erfolg von Argo an. National und international profitieren Kunden von einem leistungsstarken Team, das umweltfreundliche Anlagen mit höchster Energie und Kosteneffizienz realisiert. Argo AG – Ihr Partner, wenn es um intelligente Lösungen für die Energie von morgen geht.